Moin moin, mein Name ist Heinrich Herr Löwe und mit mir spielt heute der... Müde. Müde. Das auch. Bist du müde? Dann trink... ...heißen, schwarzen Kaffee, Junge. Kaffee? Schwarz und heiß? Uh! Ach! Lecker. Äh, gucken wir überhaupt hin? Egal. Ach, ich geh jetzt raus. Jo. Mach doch mal Milch rein. Ach so, einer geht woanders hin. Da ist mir egal wo die hingehen. Und der andere auch, der grüne, na gut. Diesmal werde ich gewinnen. Ich werde... wir werden gewinnen. Da fliegt wirklich einer mit uns, ne? Neben mir gerade. Echt? Ja. Aber wir fliegen ja noch weiter. Jaja, ich mach jetzt mal einen Schwimmer auf. Ja, ich auch. Dauert ein bisschen. Gut, dann schaukeln wir. Schaukeli daukeli. Oh, Alter, da unten ist auch noch einer. Ja. Wie ist das zum... Ja, ich seh ihn. Ah, guck, siehste ja. Okay. Jaja, beide. Die wollen auch dahin, wo wir hinwollen. Jep. Ihr kleinen Hurenköppe. Wollen wir da rechts die Häuser? Du meinst die Tankstelle? Ja, die... das... im Wald da. So ein bisschen im Wald dran. Die Zweier da, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Ist unter mir? Okay. Mhm. Dann guck du dir meinen Einkaufsladen an, ich guck mir den an, das kleine Hüschen da an. Höschen? Häuschen mein ich. Haha. Du hast Höschen gesagt. Doindeutig. Entschuldigung. Und... Das war nicht so gemeint. Brüste und Höschen. Jaja. Apropos Brüste, ich hab schon eine. Äh, zwei. Ne, doch, nur eine. Ich seh doppelt. Ich hab keine. Bei Brüsten versteh ich das ja. So, da. So. Ah, doch. Hier ist auch noch eine. Ist die Frage, was wir machen. Laufen wir weg, oder gehen wir in den Kampf? Es waren auch zwei, ne? Jep. Hier ist noch eine Armbrust. Hast du eine? Mh, ja. Ich hab mir dabei die zweite. Einen Rucksack. Perfekt. Joa. Ich weiß nicht. Kampf oder Flucht? Können ja auch in die Richtung vom Kollegen laufen. Tankstelle und dann... Ja. Ja. Zu dritt haben wir ja... größere Chance. Haha. Aber ich glaube nicht, dass die im Team sind. Die anderen beiden, ne? Meinst du, die sind nicht im Team? Ne, ich glaube nicht. Hier ist ein Visier. Hast du keins? Brauchst du keins? Äh, vierer. Willst du? Ich hab zweier. Dann hab ich eins. Huiiii, danke! Visier! Also ich glaube schon, dass die beiden vielleicht ein bisschen intim werden da hinten. Wir werden's beobachten. Nein. Werden wir nicht. Gibt's so ne Balkenfunktion bei YouTube? Ich glaube nicht. Das musst du selber machen. Oh. Oh. Ich denk, du willst Agony aufnehmen. Dann kannst du dich schonmal dran gewöhnen. Ne, Agony nehm ich auf. Aber... Ohne Balken. Ähm... Oh, ich werd beschossen. Nur den Balken in deiner Hose. Es ist... Es guckt mir eh noch, kommt keiner zu. Ja, eben. Ähm... Da kann ich auch das Spiel ohne Balken zeigen. Und für die, die zu gucken... Ja, ich spiele Agony. Ist ein Horror-Survival-Spiel. Wir müssen mit unserer Seele aus der Hölle rauskommen. Da wurdest du beschossen, ja. Ja, ja. Ich hab ne Brechstange. Juhu, ich bin der King. Der Curry King. Ach ne, gibt's der wirklich? Ja, gibt's das überhaupt noch? Curry King. Curry King. Ich glaub, Curry King gibt's noch. Von Micah oder... Keine Ahnung. Ich glaub, ich bringe was durcheinander. Macht nix. Du bist durcheinander. Ja, das den ganzen Tag. Heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Du bist böse. Böse, böse, böse. Ah. Türen sind geschlossen. Boah, dann happy loot, ne? aber ich denke wir sind nicht lange allein und sie beiden von hinten kommen hier liegt eine pfanne ich habe einen helm könnte ich noch kommen hier zwei helme habe ich schon angeben besser die mag keiner hier ist noch ein 1er helm in dem haus zum verbolzen du scheiße noch mehr die hast du aber nicht noch mal gefunden aber habe ich gerade die sanitäter tasche du zwei rucksack dreier wester bist du wie ein gott im frankreich bin ich willst du rumlaufen ja ja ich lauf gerade rum ins nächste haus finden zweifache sie ja ich habe einen rotpunkt übrig wenn du brauchst schmeiße ich hier hin da so hier scheinen die türen auch zu zu sein und die kollegen haben sich schon getroffen ist so nett molly mitnehmen zweier helm liegt hier auf dem scheiß haus ich komme glaube ich habe es jetzt markiert das scheiß haus nur das haus aus der necke gepinkelt ja ich habe gerade da auf den helm gepieselt wo ist denn du? ach da hinten bist du ne der ist aber in einem anderen haus da ne jetzt weiß ich gar nicht nach wie eure türen verloren da hier da ach kacke wo hast du geschossen? ja ich habe geschossen das haus da genau auf der schüssel da flashbang nehm ich mit komm äh life cycle ist äh gerade am sterben oh ja das kommt davon wenn man sich so weit von der gruppe trennt weil hier liegt noch molly 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 ja gut ähm joa ok wollen wir jetzt mal äh wollen wir in die richtung von life cycle mal gehen weil lacca kommt äh von der anderen seite gezankt ja kann man ich brauche loot ja komm 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 ja er ist aber tot schade äh mhm könnt ihr nur rächen avengen so die frage der ist mitten auf dem feld gestorben ah da oben am berg äh 345 355 ah die kommen runtergelaufen die kommen runtergelaufen ne die kommen die sind hochgelaufen gerade aber haben wir uns gelaufen ne einer rennt an die straße 345 von mir da sind noch 3 äh 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 ja da oben auf dem berg ist ein 3er team die schießen auf die ach so wir können jetzt den genozid können wir äh beobachten da sind noch oben auf dem berg wahrscheinlich ist bei dir ach jetzt seh ich sie ja ja 355 laufen sie die laufen aber weg die laufen richtung äh weiter nach norden hinter den hügel laufen sie mhm das heißt der eine ist bei den häusern angelangt ja aber ist nur eine bei den häusern angekommen ne ich hab nur einen gesehen ja ich auch wollen wir mutig sein den holen ja würd ich sagen wenn man wüsste wo der ist ich denke mal häuser wird er nicht mehr durchsuchen oder die häuser verdecken ja die straße wo er lang gelaufen ist ah er läuft nach norden weiter er läuft in den hügel hoch ok er läuft ihnen hinterher seh ich denn wo ist er ähm 350 geradezu ach da aber ich hab einen Pfeil geschossen äh Luca äh oder Lacker ist in der Nähe von dem Typen er könnte ihn abfangen wenn er ihn gesehen hat ja die die Pfeile fliegen so grausig Alter ich hab einfach kein Gefühl dafür na los hinterher er rennt auf unseren Kumpel zu ja ja wir müssen ihn schützen jetzt können wir den schön da den Weg abschneiden da muss ich hier vorne irgendwo sein ich glaube unser Lacker hat den schon gesehen muss wenn er den nicht gesehen hat dann man muss ihn gesehen haben ich hoffe das andere Team ist weitergelaufen ich weiß nicht wo der Typ hin ist er verschwundet im Grund hä wo ist der hin keine Ahnung unten an der Straße ich wurde beschossen ich werde beschossen ja ja ich hör's aber ich weiß nicht von wo ich seh den Typen nicht ich renne mal in diese Vertiefung weiter zu den Luca hm 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 hat ey wie ist denn da eine Typ gelaufen bitte keine Ahnung ah ich hab ihn gesehen 25 der Turm da ging grad die Tür zu ich komme 25 der Turm wo ist denn da ein Turm ich markieren blau ey wie wie hoch muss man da zielen bitte du musst tiefer zielen da läuft noch ein anderer lang da hüpft einer vor vor dem Turm der ist jetzt weiter nach links gelaufen ah ja ich seh ihn alter ich treff nichts du rennst ja auf den gerade zu ne hm ich steh vor ihm quasi bist du hinter mir? ne locker ah ich treff den nicht das gibt's nicht alter ich treffe nicht du Sohn einer Bitch alter ich treff nichts drei Leute man in den Turm sind auch wieder welche reingerannt drei Leute ich muss mich heilen ja zwei sind glaube ich im Turm und die gehören zusammen Anna ist rausgesprungen mh Anna ist oben zwei sind unten ich hab einen erwischt oh da ist noch einer drin warte ich hab Granate fuck daneben ja schmeiß mal rein hast du? jo jawoll und oben gibt's auch noch was erwischt ferne wo ist hier unser Kumpel? verletzt auf der Treppe verletzt auf der Treppe ah oben auf der Treppe oben ist erst die Tür zugemacht im Turm? ja im Turm oben im Turm kann ich sein oben kann ich sein ich steh hier unten der kann der nicht auf mich geschossen haben ne auf mich und auf meinen Kumpel hier ja aber das ist noch einer der auf mich geschossen hat ach so ja ich bin tot ach ich hab ihn ja da kommt raus schießt auf uns geht hier rein schießt auf uns jetzt kann er uns jeden nach einzeln killen ja da waren die anderen da waren überall welche du wurdest dich von dem im Turm erschossen ne ich wollte ne vom im Turm der hat mich ja gerade beim heilen getötet ja aber guck mal wie viel da rum ja weil ich ich stand die ganze Zeit neben dir aber der über uns konnte nicht schießen also nicht auf mich schießen aber ich wurde trotzdem die ganze Zeit beschossen na egal lustige Runde auf jeden Fall ja die war gut hat Spaß gemacht ja ich hoffe euch auch lasst ein Like da ein Abo wir können alles gebrauchen alles was wir uns geben könnten immer gerne außer schlechte Kritiken die wollen wir ja nicht hören nicht bei diesem Spiel ok ich wünsche euch noch einen schönen Tag haut rein ciao ciao